Die Beta zu Star Wars Battlefront hat endlich einen Starttermin. Es gibt Gerüchte um ein Spiele-Netflix von Electronic Arts und Minecraft kommt ganz offiziell für Oculus Rift. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Lange Zeit hieß es nur Anfang Oktober, ab sofort wissen wir, ab dem 8. Oktober beginnt der Beta-Test zu Star Wars Battlefront. Ab dann kann man auf PC, PS4 und Xbox One drei Modi ausprobieren. Walker Assault auf Hoth, Co-op Survival auf Tatooine und Drop Zone auf Sallist. Und dazu ist gar keine Anmeldung nötig, da gab es erst noch andere Informationen, dass man sich dazu anmelden muss. Das stimmt aber nicht. Man kann dann einfach den Beta-Client ab diesem Zeitpunkt über Origin für PC runterladen, aus dem PSN für die PS4 und über Xbox Live für die Xbox One. Es scheint ganz so, als spiele man bei EA mit dem Gedanken, eine Art Netflix für Spiele zu machen. Das geht aus einer Umfrage der Agentur Chadwick Martin Bailey hervor. Der in der Umfrage vorgestellte Service wäre, dass man auf dem PC unbegrenzt Spiele herunterladen kann und dafür monatlich einen Festpreis bezahlen soll. Explizit aber nicht nur EA-Spiele, sondern auch Spiele anderer Publisher wie Ubisoft, Bethesda, Take-Two und Activision. In der Umfrage möchte die Agentur wissen, wie viel die User bereit wären, für so einen Service monatlich zu bezahlen und wie lange sie bereit wären, auf neue Releases zu warten, bis die nach ihrer Veröffentlichung dann auch in diesem Katalog von diesem Service aufgenommen werden würden. Das Ganze wäre dann so ein bisschen wie Netflix, was ja auch mit Serien und Kinofilmen ähnlich funktioniert. Man bezahlt einen monatlichen Festpreis und kann dann unbegrenzt diese Dinge anschauen. EA hat schon so einen ähnlichen Service namens EA Access, der ist aber vorerst exklusiv auf der Xbox One und hat auch nur ausgewählte EA-Spiele. Come on, man. What are you talking about? It's cheating, dude. Do anything. Der beste Deal. Garde. Minecraft bekommt ganz offiziell Oculus Rift Support. Das wurde im Rahmen der Oculus Connect 2 Messe angekündigt. So soll im Frühling 2016 eine Version von Minecraft Windows 10 Edition erscheinen, die Support für die VR-Brille hat und dann kann man mit der VR-Brille entweder im Kreativ- oder Survival-Modus alleine oder mit anderen Spielern zusammen die Welt erforschen. Momentan heißt es, dass man diesen VR-Modus nur mit dem Xbox One Gamepad spielen kann. Ob die Oculus Touch-Controller auch unterstützt werden, das ist momentan noch nicht bekannt. A lot of what's going to matter is actually what comes out of it. Das war's für diese Woche mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen!